Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zu einem weiteren Tutorial in Empire. Wir gucken uns heute mal an... Och, jetzt bin ich auf Kampagne fortsetzen gegangen. Sorry, wir gucken uns dann noch mal kurz Dänemark an. Dänemark allerdings ein Beweis für das, was ich euch heute erzählen will. Ich will euch heute nämlich erzählen, wie man relativ einfach Geld macht und gut wächst als Staat. Das habe ich hier ganz genau so gemacht und ach, wo wir hier sind, da zeige ich euch gratis hier einfach kurz. Da können wir hier sehen bei der Politik die Steuern. Es gibt mehrere Arten Geld zu machen. Man kann auch viel in die Schiffe investieren, kann sich dann die Handelsstandorte holen. Das ist auch durchaus ein probates Mittel. Das Problem ist, dass man da sehr anfällig ist gegenüber anderen Mächten. Und gerade wenn man dann mit mehreren Mächten Krieg hat, kann es dann eben passieren, dass die einem einfach den Weg abschneiden oder deinen Hafen zerstören. Und selbst wenn sie eine schwächere Armee haben, kann das manchmal passieren. Und dann sitzt er halt auf dem Trockenen und die Flotte ist eben sehr sehr teuer und einige Landmächte haben die Möglichkeit gar nicht. Deswegen mein Tipp, um gut Geld zu machen, ist das hier. Wenn man die Besteuerung von Anfang an relativ niedrig hält, also ich mache es am Anfang immer so, die Mittelklasse muss bei mir am Anfang immer ein bisschen mehr blechen. Aber der Adel ganz niedrig, das ist ganz ganz wichtig, weil dann das Wirtschaftswachstum riesig ist. Also das ist ein bisschen wie die FDP früher mal gesagt hat. Gibst du den Großen da oben Geld, die investieren und die Wirtschaft wächst. Ja, zumindest im Spiel klappt das sehr gut. Und das ist auf jeden Fall ein super Mittel, um Geld zu machen am Anfang. Und das Gute daran ist eben, wenn man dann in Krisensituationen kommt, dann hat man noch Luft nach oben. Also dann kann man zur Not, wenn du unter Attacke bist, dann drehst du hier ein bisschen hoch. Ihr seht, im Normalzustand habe ich hier Steuereinnahmen von 71.000. In einem Notfall könnte ich dir jetzt natürlich auch bei einem riesigen Reich auf fast das Doppelte hochschieben. Ohne dass groß was passieren würde. Also das ist eben gut, man hat da dann noch eine gewisse Reserve. Und die Wirtschaft wächst eben unterm Strich deutlich schneller. Ich habe das früher ganz anders gemacht mit meinen alten Preußenkampagnen und so. Da hat dann die beste Stadt, hat dann am Ende, ach was weiß ich, 10.000 oder so gebracht. Hier bringt Kopenhagen 22.000. Dann haben wir hier hinten Stockholm, das bringt 31.000. Also ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Hier hinten Madrid bringt glaube ich 17.000, ja genau 17.900. Lissabon sogar bringt ziemlich viel und einfach tierisch viele Städte, die unheimlich viel Geld bringen, wegen eben diesem guten Wirtschaftswachstum. Und das kann ich euch nur empfehlen als Strategie, um genug Geld zu kriegen. Das ist natürlich eine etwas langfristigere Strategie. Aber ich meine, das ist ein langes Spiel, mit Runden basiert und so. Das dauert nun mal eine Weile. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass das auch für euch die richtige Strategie ist. Bis dahin. Ciao.